Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Book of Unwritten Tales. Wir sind gerade auf verschiedenen Missionen. Wir müssen hier Alkohol besorgen, wir müssen Geisterpilze besorgen, obwohl wir hier schon so weiße Pilze haben. Und wir müssen einen Blitz für den anderen Zombie herstellen. Aber jetzt reden wir erst mal mit dem Anführer der Untoten. Das sehe ich ja jetzt erst. Der hat ja auch einen Pfeil durch den Kopf und einen Pfeil im Hintern. Und einen Pfeil im Bein. Im besten Fall im Bein. Ja. Ich suche Geisterpilze, weißt du, welche zu finden sind? Da wirst du hier kein Glück haben, tut mir leid. Aber der Tauren-Schamane meinte, er hätte seine Pilze aus der Gruft hier. Das stimmt auch. Aber er ist zu gierig geworden. Früher hat er sich einen Pilz in der Woche geholt. Zuletzt waren es fünf am Tag. Die Pilze sind abgeerntet. Es wird noch ein, zwei Monate dauern, bis neue gewachsen sind. Das heißt, hier in der gesamten Gruft ist kein einziger Geisterpilz mehr zu finden? Tut mir leid. Dann habe ich ein Problem. Hm. Also, ich suche Geisterpilze. Weißt du, wo ich sie finde? Hast du einen Schimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da wirst du... Aber der Tauren... Das stimmt auch. Die Pilze... Das heißt, tut mir leid. Dann habe ich ein Problem. Bla. So, ja. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran. Hm, ja, ja. Gut. Wie sehen die Pilze aus? Ich muss nochmal nachfragen. Wie sehen die Pilze aus? Hey, Guriba. Ah, der... Und? Das ist leider gar nichts. Es sieht nicht... Dann werde ich wohl irgendwie... Ich muss weiter atmen. Mein Herzschlag... Lass dich nicht... Ah, Mann. Der hat uns doch erzählt, wie die Pilze aussehen. Mann. Gibt es hier nicht sowas wie ein Logbuch, was mir nochmal sagt, was die Leute mir erzählt haben? Mist. Ich habe nämlich überlegt, ob ich den Pilz hier... Guck mal, der sieht doch so unbemalt aus. Vielleicht kann man den ja umfarben. Grüne Farbe. Ah, male grüne Punkte auf den Pilz. Es dürfte schwierig werden, erst die grünen Punkte zu malen und dann das lila drumherum. Ich sollte die Pilze erst lila einfärben. Solange das Rot nicht flüssig ist, kann ich es nicht mit anderen Farben mischen. Es gibt aber auch immer und immer wieder ein Problem, oder? Immer und immer wieder gibt es ein Problem. Wir gucken nochmal bei den Ogern, ob es da nicht irgendwelche Reste gibt. Ein Alkohol. Diese Keule ist fast anderthalb Meter lang und dürfte einen Zentner wiegen. So ein Ding möchte ich nicht auf den Kopf bekommen. Oder sonst wohin. Aha, ein Schlauch. Ein Schlauchstück. Über einen Meter lang und alles andere als sauber. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wofür die Ogern es verwenden. Ein Schlauchstück. Über einen Meter lang und alles andere als sauber. Ganz ehrlich, was machen wir denn mit dem Schlauchstück? Was machen wir mit einem Schlauch? Was gibt es da? Betrachte den Spalt. Die Kanten sehen recht stabil aus. Es ist wohl nicht zu befürchten, dass bald der ganze Hang am Rutscht. Ja, ganz spannend. Ähm, ähm. Das können wir doch auch nicht mit dem... Können wir das Glas mit irgendwas... Der Alkohol ist noch nicht stark genug. Die Flaschen in der Höhle hatten 4X. So, wir machen nochmal den Check, ob wir irgendwas mit irgendwas mischen können. Der sieht schlecht aus. Pompon. Sieht auch schlecht aus. Ah, warte mal. Ich weiß gar nicht was. Es gab was eingefallen. Wir müssen ja die Farbe auf... Wir müssen ja die Farbe im Wasser auflösen. Und es gibt etwas, wo Wasser ist, was wir bisher nicht aufheben konnten. So, wir haben doch hier die Pfütze. In dieser Vertiefung hat sich eine kleine Tränenpfütze gebildet. Seltsam. Meinen Berechnungen nach müssten wir knietief im Wasser stehen. Schön, schön, schön. Pass auf. Wir nehmen mal... Wir nehmen mal das rote Pulver und tun, dass du siehst, es geht. Na gut. Ich kippe das Pulver an den Rand des Tränensees. Noch ein wenig umrühren. Und schon haben wir eine dickflüssige rote Farbe. So, jetzt tun wir blau dazu. Ah, gut. Machen wir es so. Rot und blau ergeben? Lila. Sehr gut. Lila Farbe auf den Pilz. Ich habe die Pilze komplett lila angemalt. Als Geisterpilze gehen sie aber noch nicht durch. Es fehlen die grünen Flecken und der modrige Geruch. Ja, leider kann ich mir vorstellen, wo der modrige Geruch herkommt. Denn was ist bei... in so einer Kluft modrig? In Ordnung. Damit habe ich wunderschöne lila Pilze mit grünen Punkten. Die sehen wirklich schön aus. So, und, ähm... Für Moda... Ja, wer ist für Moda wohl zuständig? Die Facharbeiterin für Moda. Also wir können ja nur mit Gulliver reden. Ah, Pilze müssen... Diese Pilze müssen modrig und verfault riechen. Ihr kennt euch doch mit unangenehmen Gerüchen aus. Na klar! Habt ihr eine Idee, wie ich diese Pilze modrig und faul stinken lassen kann? Oh. Oh. Ich hab's mir leider schon vorher gedacht, dass es so geht. Ich bin... Ja. Ich muss weiter atmen, mein Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Dass sie jetzt gerade vergessen, was passiert ist. Schau mal, Geisterpilze. Ah, hervorragend. Und was für ein kräftiges Aroma sie haben. Uh. Ich höre dich. Du bist doch Regenmacher. Kannst du drüben in der Gruft für ein Gewitter sorgen? Der Blitz muss in die Antenne bei der Gruft einschlagen. Könntest du als Regenmacher nicht für das entsprechende Wetter sorgen? Ich kann für Regen sorgen, natürlich. Aber Blitze, das ist eine andere Sache. Wieso? Es ist ein anderer Tanz. Sehr schwierig, sehr anstrengend. Dafür bin ich zu alt. Kannst du mir den Tanz beibringen? Du hast mir die Pilze besorgt. Also werde ich dir helfen. Hier stehen die Tanzschritte drauf. Du kannst gern dein Glück versuchen. Und wenn ich diesen Tanz richtig tanze, sind die Götter wohlwollend und sorgen fürs richtige Wetter? Nein. Der Tanz ist eine Beleidigung für die Götter. Die werden versuchen, dich aufzuhalten und Blitze nach dir schleudern. Toll. Das ist doch genau das, was du wolltest. Und nun entschuldige mich bitte. Ich will die neuen Pilze versuchen. Okay. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Ja, dann viel Spaß mit den Pilzen. Ja, mal gucken, was er uns da so gegeben hat. Der Tanz sieht ziemlich kompliziert aus. Am besten, ich schau beim Tanzen in die Anleitung. Ich kann mich gerade noch beherrschen, hier sinnlos vor mich hinzutanzen. Wenn schon, sollte ich wenigstens in der Nähe der Antenne sein. Du hast ja auch einen super tollen, blitzableitenden Helm auf. Also gut. Ach so. Das ist auch noch mein Eingreifen erforderlich gewesen. Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. Also gut. Also gut. Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. So, also jetzt nochmal. Also gut. Wieso geht das eine denn schief? Mensch. Also gut. Man muss warten, bis es unten drin ist. Ach so. Es darf nicht oben an der Klammer sein, dann zählt er das nicht. Ich habe noch einiges vor mir. Also gut. Das ist sowas, was ich nicht gut kann. Das ist etwas, was ich nicht gut kann. Ehr dich nicht. Also gut. Ja, also es ist nicht so, dass ich die falschen Tasten drücke. Ich drücke sie zu früh. Also gut. Also gut. Später drücken. Also gut. Ich drücke sie zu früh. Ich drücke zu früh. Oh scheiße, Leute. Das ist doch nicht wahr. Das war schon gar nicht schlecht. Also gut, nochmal. Ich habe noch einiges vor mir. Ich drücke die falschen Tasten drücken. Ich drücke die falschen Tasten drücken. Also gut. Ich drücke die falschen Tasten drücken. Also gut. Da. Also gut. Bye bye. Bye bye. Das war's für heute. Also gut. Genug! Es hat funktioniert! Schnell Butterkeks, bring mich zu meinem Körper! Schon in Ordnung, ich brauch keine Hilfe. Undankbares Zombiepack. So Leute, ich kann euch sagen, das hat jetzt ewig gedauert. Es waren ungefähr 40 Anläufe, die ich gebraucht habe. Und zwar nicht, weil ich die falschen Tasten gedrückt habe, sondern weil man immer die Tastenkombination drücken muss, nachdem es schon durch die halbe Klammer durchgelaufen ist. Das hat, also wirklich, das hat jetzt ewig gedauert. So, der Blitz hat eingeschlagen und wir wollen uns mal angucken, was draus geworden ist. Das war jetzt echt ein beknacktes Minigame. Ein echt beknacktes Minigame. Aber selbstverständlich. Die Rüstung findest du in dem Grab dort. Den bröckligen Kram solltest du vorher abwischen. Äh. Das Schwert findest du im feurigen Berg. Wo ist er? Es ist ein Vulkan hier ganz in der Nähe. Früher hatten die Zwerge dort ein Bergwerk, haben es aber schon vor Jahren aufgegeben. Seit kurzem wohnt ein Drache dort. Entzückend. Viel Glück! So. Hoffen wir mal, dass da wirklich eine brauchbare Rüstung drin ist. Tatsächlich! Eine Rüstung! Und Teile des Vorbesitzers. Bevor ich sie anziehe, werde ich sie noch polieren und von den gröbsten Überresten befreien. Tada! Kleider machen Leute. Rüstungen machen Helden. So, dann machen wir noch gerne mal ein Screenshot. So. Das hat doch schon mal gut geklappt. So, was ist denn jetzt eigentlich gerade der Stand hier? Äh. Wir haben... Immer noch kein Alkohol. Wir können aber aus dem Alkohol mal fragen. Ich lasse die beiden Tortelgeier lieber allein. Ah, 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 ahn. Ah, keine Ahnung, was ich fragen sollte. Nach Alkohol. Du sollst nach Alkohol fragen. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.